Ja, liebe Zuschauer, alle Geschlechter eingeschlossen, wir sind mal wieder am Samstagabend, heute am 12. März 2022 und machen wieder Verantwortungstreff oder Samstalk, die älteste Talkshow von Schenkerbewegung. Seit ungefähr zehn Jahren versuchen wir schon so eine Talkform auf die Beine zu bekommen. Sinn der Sache ist, aus dem ganzen Strom des Lebens aufzutauchen und über alles mal nachzudenken und die Verantwortungsfrage stellen. Also nicht so, wie ich letztens in einem Comic von Donald Duck gelesen habe, dem ein Weiser sagte, er soll doch nachdenken, um mehr Glück im Leben zu haben und er meinte, denken tue ich, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Also aus diesem Sturm des Lebens wollen wir raus, um zu denken, ob das alles überhaupt sinnvoll und verantwortbar ist. Das Besondere ist an diesem Talk, dass wir die freie Argumentekultur als Lebensnerv des Wandels betrachten, als Lebensnerv auch für Kommuneentwicklung. Und deshalb verstehen wir diesen Talk schon als Keimzelle für verschiedene, ganz besondere Entwicklungen, die da aus unserer Sicht drin stecken können. Das eine ist, dass es eben wirklich ein echter freier Talk ist. Das zweite ist, dass wir das ausweiten wollen. Also seit einigen Wochen haben wir die Idee, dabei nicht nur unter unseren schon vorhandenen Orga-Leuten uns auszutauschen, wie wir das samstags schwerpunktmäßig machen, oder für Einsteiger so eine Gelegenheit zu bieten, in diese freie Argumentationskultur hineinzukommen, was wir montags machen mit den Wandelgesprächen, die wir da immer anbieten. Sondern wir haben die Vorstellung, dass diese einmalige freie Argumentekultur auch die großen Player, die ideologischen Player, kann man sagen, die Prominenten der verschiedenen Weltanschauungen oder Szenen, die großen Multiplikatoren der Welt, egal ob kulturell, politisch, religiös, also die müssten eigentlich mal in eine solche echte, freie Austauschkonferenz kommen, eine Zukunftskonferenz oder ein New World Economic Forum. Und der Dillen regte an, dass wir in die Richtung stärker so auch vorwärts agieren sollten, meinte, dass ich das so auch auf meine Fahnen schreiben könnte, weil es dem entspricht, was ich da ja im Kern schon seit Beginn, seit meinem Ausstieg oder meinem Wandelengagement so will. Da hat er völlig recht. Und ja, das ist bezüglich Talks zu sagen. Also da sind wir in den Startlöchern und ich werde in den nächsten Tagen jetzt dann auch anfangen, ein Einladungsschreiben rauszuschicken, wo wir dann sicherlich eine Serie von Gelegenheiten anbieten, wo jetzt nicht alle auf einen Haufen, sondern die Leute können sich dann entscheiden, ob sie einzeln oder in kleinen Mengen, Rüppchen mit bei uns dann auftauchen fürs Talken oder ob es auch wirklich mal größere Runden sind. Und auf jeden Fall bieten wir immer an, was dann auch jetzt nicht begrenzt ist, also dass da nicht zu viele Leute dann sitzen und keiner kommt mehr zu Wort. Wir bieten im Hintergrund immer an, dass es auch eine schriftliche Austauschplattform gibt, unser freie Argumente-Kultur-Forum www.freie-argumente-kultur.de Und weil wir die freie Argumente-Kultur so als Lebensnerv des Wandels verstehen, sehen wir uns auch hier, obwohl wir da aus der Ferne ja dann miteinander reden, trotzdem auch als Beginn oder Keimzelle einer virtuellen Kommune. Also wir sind miteinander auch direkt eine Form von Kommune oder Kommuneverbundenheit. Und ja, also das schlägt sich auch nieder, dass wir natürlich an den Orten, wo wir sind, auch den Schritt gemacht haben zu sagen, wir sind gemeinschaftswillig, wir sind gemeinschaftsoffen. Also ich habe mehrere Kommune-Projekte, sitze auch jetzt im Moment in so einem Kommune-Projekt, der ganzheitlichen Bildungswerkstatt elitopia.de und der Dillen hat das Gemeinschaftsprojekt Köln-Süd initiiert und bietet das an, dass da Leute zu ihm stoßen können, die es ernst meinen. Ja, und er hat auch eine Anzeige geschaltet, wo wir eben sagen, dass wir gerade wegen diesem Lebensnerv der freien Argumente-Kultur, was wir da so ganz nach oben stellen wollen, dass wir auch sowas sein können wie Supervisoren für derartige Kommuneansätze. Also dass wir da auch unsere Hilfe anbieten mit dem, was wir dazu beitragen können. Okay, das sei genug des Vorspanns, inhaltlichen Vorspanns und der Einordnung dieses Talks in den Rahmen, den wir da so für aufzustellen versuchen. Jetzt noch zum Technischen. Also wir sind heute wohl erstmal wieder der Dillen und ich zu zweit. Also ihr könnt alle immer dazukommen. Wir lassen uns aber auch nicht beirren, wenn ihr mit zu vielen anderen Dingen beschäftigt seid. Also ihr wisst, Donald Duck, also denken tue ich nur, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Ist bei euch natürlich nichts, sondern ihr seid mit Wichtigeren wahrscheinlich beschäftigt. Aber das würde uns sehr interessieren, was das ist und dass wir darüber ins Gespräch kommen können, damit wir auch dieses Wichtigere dann mittun können und uns hier nicht verzetteln mit unwichtigem Zeug. Also ihr seid da ganz, ganz herzlich eingeladen, hier zu uns mit an diesen virtuellen Austauschtisch zu kommen. Und das geht übrigens per Internet oder per Telefon. Und ich bin jetzt auch per Telefon zugeschaltet, weil im Moment bei mir die Gerätesituation sonst so ist, dass da die Tonanlagen nicht so richtig gut funktionieren. Wie auch immer, also es gibt keine unüberwindliche Miteinstiegsschwelle. Ihr könnt auch einfach mit einem Telefon mitmachen. Und die Redeweise ist die Form des Redekreises. Das heißt, jeder hat eine bestimmte Zeit. Meist machen wir hier so vier Minuten. Der Dylan, der die Technik hier, Aufnahmetechnik, und ich nehme an, das ist auch wie ein Livestream. Also der da richtig gut was zur Verfügung stellt, mit einbringt. Der misst auch die Zeit und macht dann Piep, Piep. Und dann ist es so, dass derjenige, der redet, seinen Gedanken noch abrunden kann. Und dann kommt er aber zum Ende und gibt weiter. So, damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was am Anfang immer wieder zu sagen ist. Und gebe erst mal an den Dylan für den ersten inhaltlichen Beitrag. Ja, technisch ist es halt so, dass auch noch mal die Empfehlung gilt, wenn das Piep, Piep, Piep kommt, dann ganz kurz innezuhalten als Zeichen oder kurzes Ja sagen und dann den Gedanken zu Ende machen, damit man weiß, dass das Piep, Piep irgendwie auch angekommen ist. Und dann ist es auch vom Ton her besser für die Zuschauer. So, und ja, das Problem ist, also warum sind die Leute nicht hier, sondern im Kapitalismus unterwegs, ja, weil sie vielleicht wirklich glauben, dass sie schon alles wüssten, was das beste Leben anbetrifft. Und sozusagen denken, sie wissen schon, wie das beste Leben in der Welt ist und sie hätten hier nichts zu lernen. Da versuche ich doch mal zu schildern, warum ich jetzt, ich bin ja hier sozusagen, ich mache ja hier Argumente pro Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ, zumindest die Grundmodelle. Und ich glaube aber, dass die GWÖ, unsere GWÖ von Next Scientists for Future und Weltrat noch mal viel, viel besser ist als die GWÖ. Und die Partei des Gemeinwohls, ah ja, hier übrigens so, ich fühle mich ja immer als Gast des New World Economic Forum, des neuen Weltwirtschaftsforums, fühle ich mich ja immer schon als Gast. Und hier, das ist so ein bisschen der Pressespiegel auch über Gemeinwohlökonomie, aber auch über uns hier, das ist jetzt, braucht man jetzt nicht so stark zu erwähnen. Aber die Partei des Gemeinwohls ist halt sehr wichtig, da finden Sie, können Sie es lesen, ah nee, das ist wieder im Bild nicht möglich, das geht nur auf der anderen Seite, also mache ich das mal kurz hier. Wenn wir es nicht schaffen, wie, also im Moment sieht es ja aus, als hätten wir eine gute Chance, die Teile der Bundesregierung zu beraten, wenn das jetzt nicht klappen sollte oder nicht dazu kommt, dann haben wir nur aus meiner Sicht nur eine Chance für die große politische Gemeinwohlwirtschaftliche Wende, nämlich hier die Partei des Gemeinwohls. Und jetzt kann man dann auch, ja, jetzt kann man es lesen. Die kompetente.bibwöl.de oder Partei des Gemeinwohls PDG, dann hat man alles hier. Ja, und jetzt ist halt, das Entscheidende für mich ist, dass ich den Leuten sagen muss, warum sie überhaupt noch nicht wissen, was uns erwartet. Und ich sage jetzt mal, also in der Gemeinschaft Köln-Süd bin ich sicher, dass praktisch fast alle Menschen noch gewaltigst wachsen könnten, also wirklich noch lernen könnten, liebevoller und friedlicher und glücklicher mit anderen Menschen zu leben. Da bin ich ganz sicher. Und, äh, aber ich glaube wirklich, dass wir größere Chancen haben, hier nochmal die Flyer, dass wir die größten Chancen vielleicht sehr schnell zu einer anderen Gesellschaft zu kommen, dass wir das tatsächlich über die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung GWO erreichen können. Und zwar zeige ich das jetzt mal hier an einem Schaubild für die Zuschauer. Und zwar diesmal sind das keine Länder oder Staaten, was ich zeige, sondern das sind für mich jetzt mal Hausarztgesundheitsgemeinschaften. Also zum Beispiel, ich wohne jetzt hier im Haus und dann um mich herum gibt es verschiedene große Hausarztgesundheitsgemeinschaften. Um mich herum gibt es auch Supermärkte, Restaurants und solche Sachen. Und die Hausarztgesundheitsgemeinschaften, da stellt das Team alles zur Verfügung, was helfen kann, dass die Menschen glücklicher und gesünder leben, dass sie aus den Volkskrankheiten, Einsamkeit, Depression, Sucht, Konsumsucht rauskommen und wieder mit Menschen leben. Hier zum Beispiel, ich entscheide mich vielleicht für zwei dieser Hausarztgesundheitsgemeinschaften. Bis zu zwei darf man wählen. Die eine hat vielleicht einen mehr psychologischen Schwerpunkt, die andere einen körperlichen Schwerpunkt. Aber dennoch ist im Programm beider Hausarztgesundheitsgemeinschaften, ist wahrscheinlich drin, tanzen, singen, musizieren, Ernährungssachen, gemeinsam kochen, kostenlose Tanzveranstaltungen und alles kostenlos. Fitnessstudio, alles, was sonst Geld kostet, alles, was früher im Sportverein war und gesund ist, das ist dann jetzt in der Hausarztgesundheitsgemeinschaft. Und dann versucht der Hausarzt auch noch sozusagen, der Hausarzt versucht sozusagen Gemeinschaften aufzubauen, Kommunen aufzubauen, anzuregen, weil er weiß, dass die Leute dann noch gesünder und glücklicher leben können. Und ja, ich muss schon wieder zum Ende kommen, aber so viel. Ich werde also nachher weiterhin auch erzählen, wie viel Glück ich mir vorstelle in der Gemeinschaft, entweder ganz direkt oder eben über die Hausarztgesundheitsgemeinschaft, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, wie wir da in ein Paradies auf Erden kommen und die Konsumsucht reduzieren und den Raubbau an der Erde reduzieren. So, jetzt muss der Öff-Öff noch eine Sekunde warten. Jetzt hören wir ihn. Wir hören dich. Ja, dankeschön, dankeschön, Dillen. Ja, ich greife das auf und verstärke das, was der Dillen gesagt hat. Also kommende Generationen, wenn sie in einer Welt der Freiheit, Vernunft und Verantwortlichkeit und Liebe so leben, werden zurückblicken auf die heutige Zeit und werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mit dem Entsetzen, wie konnten die Menschen die Hebel der Macht, des Geldes und der Politik bloß so fahrlässig und mittäterisch in die Hände geben von Menschen, die da sowas mit angestellt haben, wie das heute jetzt passiert. Corona-Krieg, Naturzerstörung, ja. Und sie werden dann auf die Situation heute schauen und sie werden sagen, ja, leider müssen wir feststellen, die Leute haben die Hebel, die großen Hebel in die Hände missbräuchlicher Menschen gegeben, weil sie sich selbst auch jeder missbraucht haben. Lieber Süchten nachgegangen sind, als diesem vernünftigen Sinn und der Verantwortung im Ganzen. Und das ist der Schlüssel. Da muss man irgendwie einen Ausweg finden, sonst geht das Ganze verheerend vor die Wand. mit zumindest viel zu hoher Wahrscheinlichkeit. Und da sind Konzepte natürlich, also wenn man offen miteinander reden könnte, wenn solche runden Tische, wie wir das mit dem New World Economic Forum oder der Zukunftskonferenz, wo alle Lösungsvorschläge fair zum Zuge kommen sollen, wenn wir das da auf diese runden Tische bringen könnten, dann wären solche Konzepte wie Wohlfühlstimme oder Hausarzt, Vertrauensgemeinschaft, Vertrauenskommune, das wären Dinge, die sind dann leicht gemeinsam zu erkennen und die Kraft der Argumente wahrzunehmen und dass man das machen sollte, zumindest experimentieren sollte, ob das tatsächlich diese gewaltigen positiven Wirkungen hat, die der Dillen und der Weltrat der Weisen dann ja da beschreiben, nämlich dass wirklich es erstmalig danach geht, nicht wie kann man Augenblickskonsum oder Augenblicksprofit über langfristige Gesundheit und Wohlergehen stellen, sondern wo erstmal das Messen dieses dauerhaften Wohlergehens zum Maßstab gemacht wird. Was das alles sparen würde an Mitteln, auch an Geld jetzt heute direkt, dass Verschädigung eingesetzt wird, weil die Leute so süchtig sind. Die einen wollen die Gifte kriegen, weil sie sie aus Sucht brauchen und die anderen geben ihnen die Gifte, weil sie geldsüchtig sind. Und ja, also da wäre so ein Ausweg wie die Wohlfühlstimme offensichtlich ein toller Schlüssel oder so eine Hausarztgesundheitskommune. Ja, also da staunt man immer wieder und die kommenden Generationen werden sagen, Mensch, 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 warum haben die sich nicht selber jeder in den Arsch getreten, um jetzt mal klare Bilder zu sehen und dann auch gerade Linien zu machen, wo Verantwortlichkeit wirklich oben ansteht und nicht, dass alle alle missbrauchen für irgendwelche kurzsichtigen Zwecke. Okay, das zur Verstärkung dessen, was der Dillen da so schön erklärt hat. Ich sage ja ansonsten dann immer, mal sehen, ob ich das alles reinpacke in den ersten Beitrag, sonst kommt es halt im nächsten, die Fortsetzung. Wie ist mein Stand? Also wie der Dillen ja auch schon gesagt hat, eigentlich, und das werden die Kinder der Zukunft, wenn sie hier zurückblicken, natürlich als den Königsweg betrachten, den wir alle hätten beschreiten können, warum sind sie nicht in vernünftige Verantwortungsgemeinschaften miteinander gegangen, was wir gerne aufgeklärte Schenker-Burbo-Kommunen nennen. Warum nicht ganz einfach und direkt die glücklichste aller denkbaren Lebensformen wählen, wo der einzelne Mensch sich entscheidet, es langfristig sinnvoll und gut zu leben, dabei übrigens, wie die Wissenschaft sagt, die Entwicklungspsychologie seine echte Persönlichkeits- und Verantwortungsreife entwickelt, das sogenannte Post-Conventional-Level, warum nicht diese Reife sich innerlich zulegen und mit anderen solchen reifen Menschen in reifer Gemeinschaft leben. Es gibt nichts Schöneres. Und wenn wir die hätten und die Leute könnten da Urlaub machen, würden sie das auch spüren können. Ich sage damit nicht, dass sie es wählen würden. Also wir haben jetzt ja auch noch keine solchen Gemeinschaften, weil die ganzen Konsum-Junkies da eher vorweglaufen, als dass sie da hinkommen, um ihr wahres Glück zu finden. Der Heroinabhängige weiß auch. Dass ihn seinen Stoff kaputt macht, aber trotzdem identifiziert er sich und sein Überleben eher mit dem Stoff als mit seiner echten Gesundheit und natürlich dann auch echtem Glück. Ja, also diesen Weg, der Dill nennt es dann den geisteswissenschaftlichen Weg auch. diesen Weg, ja, da höre ich, dass das Signal ertönt, dann mache ich nochmal rund, diesen geisteswissenschaftlichen Weg zum Reifebewusstsein, Verantwortungsbewusstsein und solchen Gemeinschaften und dann auch solcher verantwortlichen Gesellschaftsform. da stehe ich für, obwohl ich mehr schienlich das alles auch unterstütze, also gut finde, an Zwischenschritten, so was der Willen da beschreibt. Wir beide glauben aber im Endeffekt, dass der glückliche Zustand im Endeffekt diese Art von Gemeinschaft ist und ja, also es ist natürlich schön, wenn man diesen Weg auch direkt einschlagen kann schon, ohne viele Zwischenschritte nötig zu haben. Dafür engagiere ich mich und wie ich das mache, also wie ich diese Art von Gemeinschaften versuche, so zu leben, anderswo auch aufzubauen, zu unterstützen, ein Netz daraus zu bilden und wie ich mich da auch engagiere mit diesem Gemeinschaftsgedanken oder ich netze auch Reservate, jetzt in der Corona-Zeit oder überhaupt in der Zeit, wo es kippt, zu einer globalen Überwachungsdiktatur, digitalen Diktatur. Das erkläre ich beim nächsten Beitrag. Gebe jetzt erstmal an den Dillen. Ja, jetzt müsste ich wieder gut zu hören sein. Okay, dann vielleicht also noch einmal für die, die deswegen alle nicht hier sind, weil sie denken, sie haben ja schon, sie wissen doch, ach ja, im Kapitalismus, das ist doch das beste Leben und ich weiß doch, wie das beste Leben geht und so weiter. Ja, dann vielleicht der Hinweis, also aus naturwissenschaftlicher Sicht kann der Mensch nicht glücklich, maximal glücklich sein, wenn er nicht in einer Gemeinschaft lebt, weil alle seine Glücks- und Lustmöglichkeiten darauf hingeeicht sind, sozusagen letztendlich, ja, das ist wie bei jedem Tier. Wenn das Tier nicht artgerecht lebt, dann wird es immer unglücklich sein oder wenig glücklich sein. Ja, wenn wir jetzt so ein Rudeltier wie den Löwen, ja, wenn man den allein in einem kleinen Einzelhaft-Gefängnis hält, Käfig hält, dann kann der nicht glücklich werden, weil der sich auch bewegen muss und großen Auslauf braucht, ab und zu mal beim Jagen Vollgas geben muss und genauso ist das mit Menschen. Wenn sie nicht in einer Gemeinschaft leben, können sie nicht glücklich werden. Und der Kapitalismus hat uns natürlich dieses Glück weggenommen, denn wir sollen, also quasi jeder vorteilbringende Irrtum, der uns dieses Gemeinschaftsglück weggeredet hat, der brachte bares Geld, weil die Leute dann kaufsüchtig wurden gegenüber Alkohol, Zigaretten, heute Süßigkeiten und was auch immer, Konsumsucht eben, Reisesucht, Raubbau an der Erde, Autorennsucht, Flugzeugfliegesucht und, und, ja, also all diese Süchte, die sind quasi das, was nur zu erzeugen war, weil irgendwo irgendwelche Frühhändler zum ersten Mal die Idee aufgebracht hatten, oh, ey, ekelhaft, eure Gruppen, Gemeinschaftslebensweise ist ja widerlich und hört auf damit und das ist ja alles und dann auch so viel Körperkontakt eventuell noch und so weiter. Hört auf damit und so weiter. Und dann, wenn die Menschen da wirklich manipuliert worden sind, als vertrauensseligste Lebewesen der Erde wirklich darauf gehört haben, dann landeten sie eben beim Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten kaufen bei, in der Sucht sind sie gelandet, ja, und jetzt, ja, und im Moment ist es halt so, dass wahrscheinlich jetzt viele Leute heute Abend unterwegs sind, irgendwo so nach dem Motto, bin ich auf einer netten Demo, kann ich wenigstens ein paar Frauen kennenlernen oder die Frauen denken, ja, bin ich auf der Demo, kann ich vielleicht auch einen netten jungen Mann kennenlernen, also alles eben so kurzfristige Dinge, also was kurzfristig Erfolg bedeutet, aber eben langfristig, hier, ich lebe in einer Gemeinschaft und bin dann am Ende viel glücklicher. Nee, das, das kennt man nicht. Und ja, noch einmal so, was, wie, wie, auf was freue ich mich in der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, wenn man die jetzt vielleicht wirklich mit der Bundesregierung irgendwie zustande kriegen würden oder mit Teilen der Bundesregierung erstmal zum Großthema machen würden. Ja, also da, ich hätte um mich rum Supermärkte, ja, und die Supermärkte da, da ist, gibt es in der Ecke, gibt es eine rote Ecken und gelbe Ecken für die Sachen, die es nach wie vor zu kaufen gibt, die aber eben ungesund sind und die preislich nicht gesenkt werden und in der Mitte ist die Landschaft, die grüne Landschaft mit Bänken zum Verweilen, sodass man mit, wenn man Lust hat, mit der Ernährungsberaterin sprechen kann und wo eben alles diese grünen Sachen auch dann preislich gesenkt werden, sodass also super Bio-Qualität, Permakultur-Qualität, Ursorten, rückgezüchtete Ursorten in absolut gesundheitsförderlichster Qualität, billiger angeboten werden als früher das konventionelle, also das konventionell angebaute und dadurch kaufen die Leute natürlich auch gerne das jetzt ja billigere Bio, das ja billiger ist als das andere. Ja, wie macht das der Supermarkt leider? Naja, ist ganz klar, der kriegt ja für die Gesundheit der Kunden kriegt er ja erhöhte Verdienstzuschüsse und diese erhöhten Verdienstzuschüsse, die setzt er natürlich teilweise nicht unmittelbar auf als eigenes erhöhtes Gehalt ein, sondern nutzt es, um die Preise so zu senken von den gesunden Sachen, dass die Leute weiterhin sich zur Gesundheit entwickeln, denn dann kriegt er ja wieder neue Verdienstzuschüsse und so weiter und dann kann er irgendwann auch immer einen Teil davon für seine Gehaltserhöhung nehmen, aber er wird auch immer viel Geld verwenden, um die Preise zu senken, damit die Leute auch wirklich alle schon allein aus Geldbeutelsgründen immer das gesündere kaufen. So, meine Zeit ist um, ich jetzt muss ich wieder gleich öff öff einschalten. Wir hören dich, wir hören dich. Ja, danke schön, danke schön. Ja, also der hat das nochmal beschrieben auch, wie wichtig es wäre, wie schön es wäre, wenn wir Gemeinschaften bilden, um, ob jetzt so Zwischenstufen mit Wohlfühlstimme und Hausarztvertrauenskommunen oder Gesundheitskommunen, ja, oder gleich mit dem Sprung in die ganzheitliche Kommune mit der postkonventionelle Levelreife und der gemeinsam gelebten Menschengeschwisterlichkeit, wie ich das gerne nenne. Okay, was ist mein Stand, mein aktueller Stand, um mich da zu engagieren? Seit ein paar Monaten, auch in der sich zuspitzenden Corona-Zeit, habe ich da als programmatische Schrift für mich meinen Weckruf in den Mittelpunkt gestellt. Weckruf für Politiker, Strippenzieher und alle Menschen. Alles, auf was ich jetzt hinweise, könnt ihr im Forum schriftlich zurückgreifen und darauf eingehen, mitdiskutieren. Ja, und dieser Weckruf, der versucht gegenüber der zunehmenden Willkürregie des Staates, also dieser Tendenz mit manipulativen Mitteln, da eine Überwachungs- und Kontrolldiktatur, eine digitale Diktatur herbeizuführen. Mein Weckruf versucht, dem eine möglichst konsequente gewaltfreie Alternativ- oder Gegenstrategie gegenüberzustellen. Bestmögliche Argumente, und das ist aus meiner Sicht jetzt gerade auch beim zugespitztesten Thema Impfpflicht, da ist das aus meiner Sicht ziemlich einfach möglich, da knallhart überzeugende Argumente zu nennen, nämlich, dass ein Ungeimpfter sagen könnte, ich verzichte im Corona-Krankheitsfalle auf mein Intensivbett. Ich bin bereit, mich eventuell auch gezielt, wie früher die Leute bezüglich Masern bei den Masern-Partys, natürliche Infektionen mit Corona fortzuziehen gegenüber der Impfung. Und das ist jetzt das schlagkräftigste Argument. Wenn das alles noch nicht reicht und ihr denkt, auch indirekt könnte ich Leute zu sehr anstecken und damit diese und das Gesundheitssystem zu sehr gefährden, dann bin ich bereit dazu, ausreichend ansteckungsgesicherte Absonderungsformen mit zu entwerfen und durchzuführen, nenne ich halt Reservate für natürliche Menschen, man kann auch sagen natürliche, freiwillig, gesamtverantwortliche Menschen, weil das ja auch der Ansatz ist, dann nicht mit Zwangsmaßnahmen vom Staat dressieren oder bevormunden oder lenken zu lassen, sondern dass man sagt, man will seine Freiheitsrechte behalten und zeigen, dass da auch eine bessere Form sogar von verantwortlicher Demokratie oder Gesellschaftssteuerung möglich ist. Vom Weckruf sind also sozusagen die Spitze des Weckrufes ist der Gedanke der Reservate, der gesonderten Bereiche für Gefährdete, also es war aus meiner Sicht vorher schon, es wäre die ganze Zeit ein viel besseres Konzept gewesen, die Gefährdetengruppen, also vor allem die Alten, in, ich betone, Luxusfreiräume zu stecken, wo sie sogar mit ihren Angehörigen per Großbildschirm, also mehr Kontakt und Verbindung hätten haben können als je zuvor. Also dieser Schritt, um die anderen draußen frei laufen lassen zu können, für die die Krankheit eindeutig keine schlimmere Gefahr darstellte als eine frühere Grippe, also das wäre schon die ganze Zeit auch ein tolles, anderes Konzept gewesen, im Vergleich zu dem, was da der Staat gemacht hat mit seinen Regulierungsmaßnahmen. Ja, aber dann auch, eine sehr gefährdete Gruppe sind die Ungeimpften, Freiräume, gesonderte Räume für die Ungeimpften zur Verfügung zu stellen, wodurch gleichzeitig Ansteckungsschutz und Freiheitsrechtsschutz gewährleistet werden könnte, geboten werden könnte. Und ja, also diesen Spitzengedanken, dieses Spitzenargument des Weckrufes, da bin ich jetzt auch total drauf konzentriert, sage meinen Verbündeten auch, lasst uns gucken, wo sind solche Möglichkeiten für Reservatansätze oder Keimlinge und lasst uns die pflegen, lasst uns die entwickeln. Also ich habe im Oktober 2020 von den Querdenkern in Berlin auch das von ihnen dort begonnene Zeltcamp, nenne ich mittlerweile Demokratieförsorgecamp, übernommen, und zu gucken, ob das irgendwie weitergeführt werden kann. Minimal konnte ich es weiterführen. Es gibt ein Orga-Team dafür in Berlin. Es gibt zum Teil Leute, die sich als Hauptwohnsitzzelter verstehen. Ja, also auch dieses Reservat ist am Leben erhalten worden. Ich höre das bieten, das ist gut. Dann runde ich das noch ab. Und ja, also Reservate bewahren, bilden und auch in Berlin das Demokratieförsorgecamp einigermaßen irgendwie am Leben erhalten. Das ist es. Und ich bin bereit, mit gewaltfreien Aktionen auf diese tollen Argumente des Weckrufes und auf diese Reservatsschiene hinzuweisen. Und ich versuche mit gewaltfreien Aktionen, die zum Teil auch Gesetz zu übertreten, damit, wenn es schon keine demokratische Diskussion so gibt, wo man das einbringen kann, damit ich in Gerichtssälen vielleicht solche Klärungsgelegenheit finden kann. Also da bin ich zu bereit und habe im Moment anderes vor der Start fallen gelassen. Aber im Moment läuft auch da eine Anzeige, die zu einer Verhandlung führt, jetzt Ende März. Und da habe ich gerade jetzt vor ein paar Tagen auch an das Gesicht nochmal meine direkte Stellungnahme, die Antwort auf die Ladung zu der Verhandlung rausgefaxt. Und ja, verbreite das jetzt, bereite mich darauf vor, um zu gucken, ob ich da mit dem Richter eine Klärungsgelegenheit finden kann, die der Argumente Kultur die Ehre geben kann. Ja, das ist so mein Stand und ich gebe an den Willen. Ja, jetzt müsste man mich wieder gut hören. Ja, also die Weltrettung halte ich auch für möglich, ohne sehr viel von den Menschen zu erwarten. Also ich verstehe ja den Öffi so ein bisschen so, dass er sagt, der Mensch kann sich entwickeln mit der Geisteskraft und mit dem Post-Conventional Level wirklich zu einer relativen Selbstlosigkeit, geschwisterliches Teilen und so weiter. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass mancher Mensch dann so sagt, na ja gut, so selbstlos bin ich jedenfalls jetzt nicht. Ob ich dann so werde, wird man sehen. Und ja, in der Gemeinschaft Köln-Süd oder in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die, wenn die große politische Lösung wäre, quasi an jeder Ecke zu finden wären sozusagen und wo jetzt das Team also dann am meisten Geld kriegt, wenn ich nie krank werde und wenn Menschen, die sozusagen eigentlich von der Familiengeschichte her schwerste Krankheit zu erwarten hätten, etwas weniger davon bekommen, und dann gibt es gutes Geld. Und in der Gemeinschaft Köln-Süd und sonst kann man eben auch unterschiedliche Dinge experimentieren. Man kann dann unterschiedliche Unterexperimente machen und zum Beispiel könnte auch eines der Experimente sein, dass es sagt, okay, wir müssen nicht unbedingt versuchen, allen Egoismus zu transzendieren. Wir müssen nicht alle kleinen Konkurrenzelemente des Lebens abschaffen. Wir müssen auch nicht das Geld unbedingt abschaffen, zumindest nicht im ersten Schritt und so weiter. Und wir müssen nicht unbedingt sozusagen ein hohes Maß von Selbstlosigkeit anstreben, sondern in den Gemeinschaften sozusagen einfach erst einmal lernen, miteinander so glücklich zu sein, dass der Großteil der Konsumsucht von einem abfällt, dass die Erde entlastet wird von diesem Überkonsum, dieser Überkonsumsucht überlastet wird, und dass Menschen die Quelle von Glück wären, singen, tanzen, musizieren, Sport, was auch immer. Und eigentlich all diese Konsumsüchte, diese ganzen Süchte, stofflichen Süchte und so weiter, dann gar keine Rolle mehr spielen. Und ich habe es ja geschildert, Ich selbst möchte ja im Unterexperiment der Bonobo-kommunistischen Gruppen-Ehen, in diesen Unterexperimenten möchte ich in einem davon leben. Und da stelle ich mir das so vor, dass das eben ja dort nur eine ganz milde Form der Konkurrenz herrscht. Die mildeste Form der Konkurrenz, die ich mir im Moment vorstellen kann, bei Bonobos ist es quasi so, dass, wenn die Frauen mit allen Männern in der Gemeinschaft Sex haben, außer den vielleicht am Rande stehenden oder ganz Vertriebenen, das sind die sozusagen gescheiterten Kinder sozusagen, die dann vielleicht auch von der Gruppe der Frauen inklusive ihrer eigenen Mütter vertrieben werden, weil irgendwas Grundsätzliches missraten ist oder eben nicht gelungen ist sozusagen. Aber wenn sonst der Großteil, also die gesamte Gruppe der Männer und die gesamte Gruppe der Frauen und so weiter miteinander Sex haben, die Frauen alle untereinander auch Sex haben und so weiter. Und dann ist die Konkurrenz eigentlich gar nicht spürbar. Denn ich habe Sex mit allen Frauen und dass die Frauenkörper Mechanismen haben, mit denen sie entscheiden, ob mein Spermium zur Eizelle zugelassen wird oder das der anderen Männer, das entscheiden die Körper der Frauen. Und da kann ich auch gar nichts, da brauche ich gar kein besonderes Motiv zu haben, dass ich jetzt konkurrieren müsste oder mich besonders anstrengen, sondern ich kann das Leben genießen. Und so, wie es halt mit den Kindern wird, wird es halt. Und ich denke dann, ich könnte der Vater jedes Kindes sein, weil wir uns alle auch ähnlich sehen, in einer Naturkommune zumindest. Und ja, und die Frauenkörper entscheiden halt. Die machen quasi, die wählen unter uns aus, wer der Vater des nächsten Kindes wird. Aber das ist alles keine stressige Konkurrenz. Das ist alles entspannt, easy, locker. Und wenn es so viel oder so wenig Konkurrenz ist, glaube ich, kann man damit leben. Ja, ich gebe wieder weiter. Sekunde. Wir hören. Ja, danke, Dylan, für das, was du gesagt hast. Ja, ich denke auch. Also Mehrstimmigkeit, also die Menschen jetzt abzuholen, wo sie sind oder wo sie selber sich als stehend betrachten möchten, das ist ganz wichtig. Also mit dem kleinsten Schritt schon. Also ich habe die von mir gegründete Schenkerbewegung vor mehr als 30 Jahren aus demselben Grund, also dem Abholen sozusagen an den kleinsten, niedrigsten Schwellen, habe ich das so strukturiert, dass es zwar auch eine Kerngruppe geben soll, die existenziellen Schenker, die wirklich das Ideal verkörpern wollen, also da mit anderen Menschen, menschengeschwisterlich umzugehen, in Freiheit zu teilen, erst die Entscheidungsrechte und dann automatisch wird das andere auch natürlich geteilt, wenn man die Steuerung schon miteinander zu teilen bereit ist und die wirklich nur noch Geschenke austauschen, keine Zwangsstrukturen mehr, auch nicht den Staat und keine Abrechnung mehr, weder mit Geld noch ohne, dass da Vergeltungsrechnung betrieben wird, sondern dass man eben wirklich geschwisterlich miteinander teilt. Und dann habe ich gesagt, gut, damit jeder sich als zugehörig zu dieser Bewegung verstehen kann, definiere ich die zweite Gruppe, die sogenannten Schenker-Verbündeten so, dass die einfach nur erst mal mitträumen. Also jeder, der sagt, wow, dieser Traum von den menschengeschwisterlichen Gemeinschaften mit freier Argumentekultur, einer solchen Gesellschaft, das ist ein toller Traum, den träume ich mal mit. Egal, wo der Mensch ansonsten steht, also was für Widersprüche er vielleicht noch im Kopf haben mag oder wie es auch mit den praktischen Lebensformen oder Konsequenzen aussieht. Also wir hatten da schon Soldaten, Polizisten, Mitarbeiter bei Atomkraftwerken, bei der Lufthansa, einen Glücksspieler, den Europameister des Backgamers und das weiß ich. Also wir hatten schon alles Mögliche unter den Verbündeten. Und da man nur mitträumen muss, auch wenn man ansonsten noch, wer weiß, wie im Sumpf steckt, ist das ja eben eine Schwelle, die niemand eigentlich überfordern könnte. Und genauso sehe ich die Mehrschienigkeit jetzt als etwas ganz Tolles an, wenn Dillen und ich da so verschiedene Schienen entwerfen und anbieten. Zu hoffen ist, dass wir das so hinbekommen, dass die Menschen auch wirklich einerseits auf Bühnen da kommen, also attraktiv hingezogen werden, dass sie da ins Mitdenken kommen und dass sie das auch praktisch mal so probelegen können, also experimentieren können, was das mit ihnen tatsächlich macht, wenn sie sich auf so etwas einlassen, also auch auf solche Gemeinschaftsexperimente. Ich hatte beim letzten Beitrag schon abgerundet, also dass ich gegenüber der Gefahr der digitalen Willkündiktatur mit besten Argumenten und, da das das beste Argument ist, mit dem Reservatsgedanken oder Konzept auftrete, dass ich da versuche, solche Orte selbst auch zu leben, also lebe ja auch jetzt in so einem Kommune, so einem Kommuneversuch und versuche, diese Orte aufrechtzuerhalten. Übrigens, obwohl es da so auch ist, dass wir zum Teil, ich sage das ganz klar aus meiner Sicht, auch staatliche Steueragenten da in die Projekte reingeschleust bekommen, die versuchen sollen, das von innen kaputt zu machen und wo der Rechtsstaat auch versagt, also da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, das kann ich wahrscheinlich in einer der nächsten Runden auch ein bisschen machen. Ja, trotzdem, also im Moment haben wir diese Orte auf jeden Fall so, dass ich dem Staat sagen kann, wenn ihr bereit seid, solche Reservate zuzulassen, dann kann ich diese Orte dafür, diese Rahmen anbieten. Das heißt, ich kann euren Aufwand sehr verringern. Ich bringe Immobilien oder auch vom Staat zwischenzeitlich genehmigte Gebiete oder Orte wie in Berlin. Da war schon mal zwischenzeitlich so ein Camport genehmigt auch und wurde dann mit Lug und Trug wieder gekündigt quasi oder die Genehmigung nicht mehr erteilt. Also da freue ich mich, wenn mal ein Wissenschaftler oder ein Richter guckt, war das echt so, dass mit Lug und Trug da eine Genehmigung verweigert wurde. Da kann ich dem Staat sagen, hört mit dem Kram auf. Lasst uns ehrlich und ernsthaft die Dinge betrachten, also auch mit echten Argumenten schauen und dann kann ich Immobilien anbieten und ich kann sagen, ja hier, dann genehmigt wieder jetzt auch das demokratische Sollcamp in Berlin. Habt ihr keinen Zusatzaufwand. Ihr müsst nur, dass das schon geschaffen war, zulassen und nicht noch kaputt machen, also demontieren. Ja, und ich mache gewaltfreie Aktionen, um eben so die Argumente auf den Tisch zu bekommen, einen argumentativen Klärungsprozess auszulösen, der klare Sicht für alle, ich habe das Piepen jetzt gehört, genau, also mache ich rund. Ich versuche auch, zum Beispiel durch Gerichtsprozesse, einen Tisch, Argumente auf den Tisch zu bekommen, dass wir da Knoten lösen können, ausreichend irgendwie lösen können. Und da habe ich das jetzt auch an das Gericht gefaxt, wo ich Ende März eine solche Gelegenheit versuche, wahrzunehmen und werde das jetzt weiter verbreiten und jetzt eben in den nächsten Tagen, weil ich das ganz toll auch als Ergänzung sehe, dann die Einladung rausschicken für die Zukunftskonferenz, wo alle Argumente oder Lösungsvorschläge fair mit Betrachtung finden können. Okay, ich gebe mir ein Ende. So, jetzt müsste ich wieder sehr gut zu hören sein. Ja, 1, 2, 3, ja, sieht gut aus alles. Und ja, die Sache ist so, dass ich die überhaupt, die naturwissenschaftlichen Ansätze einfach so als den Weg sehe, erst einmal vom Kapitalismus ausgehend einfach nicht gleich die gewaltigsten Schritte zu machen. Zum Beispiel jetzt auch diese Bonobo-kommunistische Gruppen-Ehe, das ist sicherlich der letzte Schritt. Das ist, ich glaube kaum, dass Menschen das jetzt schon schaffen können, wenn sie vom Kapitalismus voll sind mit vorteilbringenden Irrtümern. Das ist, ja, das ist die höchste, das ist für mich auch von der Vorstellung her schwierigste. Aber was die Leute vielleicht schaffen können, ist, dass sie nach wie vor vielleicht dann doch, dass die eine Gemeinschaft an die andere, dass vielleicht in der Gemeinschaft doch so etwas wie Schenken beginnt. Allerdings, ja, da müsste man gucken, wie das Schenken in der Natur bei den Bonobos ist. Das bedeutet, das Schenken immer eine etwas größere Wahrscheinlichkeit der Vater des nächsten Kindes zu werden. Vielleicht kann man das ja auch, wir hatten das ja schon mal angesprochen, auf die sozusagen freiwillige, verantwortungsvolle, verantwortungsbewusste Zuchtwahl und so weiter. Das sind Dinge, die da vielleicht ähnliche Dinge zur Folge haben könnten. Aber ich könnte auch damit leben, wenn so eine Unterabteilung einer Gemeinschaft auch sagt, ja, okay, wir als Gemeinschaft tauschen auch mit anderen Gemeinschaften, vielleicht sogar noch mit Geld oder tauschen Güter gegen Güter. Aber immer dringend empfehle ich, dass das Bewusstsein da sein muss, sobald ich auch nur einen Tauschhandel betreibe, an Tauschgütern mit anderen, dass ich dann unbedingt messen muss, wie sich wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner entwickeln. Wenn ich das nicht messe, bin ich wieder in der Falle des Kapitalismus. Dann fängt das wieder an, dass die eine Gemeinschaft vielleicht nach und nach, ohne so richtig es zu merken, sich selbst einredet, na ja, diese mindere Qualität, die man jetzt anbaut, die sei gut genug und sei auch total gesund. In Wirklichkeit ist es einfach leichter herzustellen, billiger herzustellen und in Wirklichkeit für die Leute, an die man das verkauft oder vertauscht, eigentlich eher gesundheitlich bedenklich. Und schon sind wir wieder in all den Fallen des Kapitalismus drin. Also dieses, sobald irgendwie etwas auch nur getauscht wird oder gar gegen Geld verkauft wird, von Gemeinschaft zu Gemeinschaft, dann muss es sozusagen, da muss immer eine Messung dabei sein, was bewirkt, wirken diese Produkte bei den Kunden sozusagen, was verändert sich bezüglich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und was mir halt auch noch einfällt, ist, ja, bei den Bonobos haben wir im Bonobo-kommunistischen Gruppen-Ehen das Phänomen, dass wenn die sich mit anderen Gemeinschaften treffen, mit anderen Kommunen treffen, dann sozusagen letztendlich, da trifft man ja unheimlich viel Verwandte, denn die Töchter wandern ja ab in die Nachbargemeinschaften, Gruppen-Ehen und dort kriegen sie die Enkelkinder, sodass also dieser hohe Grad von Verwandtschaft und die, wenn die Töchter dann die Kinder zeigen, dann wissen ja die Männer und die Mutter der jeweiligen Tochter weiß ja, dass sie dann mit diesen Enkelkindern verwandt ist und so weiter. Und damit ist es eigentlich relativ leicht, dass die, wenn auch ganz im Gegensatz zu den gemeinen Schimpansen, eben wirklich liebevolle Begegnungen haben und es eher rauschende Liebesfeste sind und überhaupt keine Gewalt ist. Aber die interessante Frage ist, welche Rolle spielt dieser hohe Grad an Verwandtschaft für diese Friedlichkeit und das Liebevolle? Wären die Bonobos auch genauso friedlich, wenn wir ihnen ein Schiff zur Verfügung stellen und sie weit entfernt fahren können, würden sie dann diese völlig unverwandten Gruppen ohne Verwandtschaftsgrade, würden sie die dann auch noch selbstlos behandeln oder würden sie plötzlich als Kolonialherren versuchen aufzutreten, wenn sie die stärkere Gruppe sind? Das sind alles so interessante Dinge, die wissenschaftlich unklar sind. Aber eben mein Konzept ist erst mal, vom Menschen nicht so viel zu erwarten, sondern erst mal eine möglichst ideale Welt zu machen, auch wenn da noch ein gewisses Maß an Egoismus noch da bleibt. Und ich gebe wieder weiter. Sekunde. Wir hören dich. Ja, dankeschön. Ja. Dank dem, was du da wieder auch erklärt hast. Ich möchte ja immer jetzt, wie ich es auch die letzten Male gemacht habe, zwischendurch darauf hinweisen, wenn jetzt da Zuschauer da sind, die sagen, da war aber vieles jetzt auch schon in den Sendungen zuvor, was ihr da erklärt habt. Also abgesehen von allem anderen ist mir deshalb das Forum so lieb, weil beim Forum hat man die Dinge an irgendeiner Stelle verschriftlicht und da kann man immer darauf verweisen. Das macht die Sache da sehr einfach. Also wenn ihr ins Forum schaut, findet ihr auch die Erklärungen, die wir hier vorbringen. Also bei mir jetzt auch das, was da mit dem Weckruf verbunden ist oder jetzt mit dem Fax auch an das Gericht. Könnt ihr da alles anschauen. Aber hier bei den Talks auch, da sage ich ja dann gerne, wenn irgendjemand Probleme hat, wir müssen das Wichtige immer ansprechen, an dem wir da arbeiten und wir müssen diese Wurzeln, weil das soll ja ein Wachstum aus bleibenden Wurzeln sein, dann müssen wir immer wieder über diese Wurzeln sprechen und das herleiten, was wir dann so im Einzelnen machen. Aber wenn ihr seht, ihr findet jedes Mal so auch die Aktualisierungen, wo Dinge vorwärts gehen, also jetzt hier, dass ich es weggefaxe habe ans Gericht, meine Antwort auf die Ladung für Ende März oder dass wir die Arbeit an dieser Konferenz für alle Lösungsvorschläge, für faire Behandlung aller Lösungsvorschläge, dass wir das weitermachen, dass jetzt in den nächsten Tagen, also beim nächsten Samstag werde ich sicherlich berichten können, dass die Einladungen raus sind und ob da vielleicht schon Reaktionen sind. Ich finde es auch sehr dankenswert, dass der Dillen da versucht, immer rührig Kontaktarbeit zu machen und jetzt mit dem Minister Habeck da wohl oder dessen Vorzimmer da in Austausch gekommen ist und der soll auch einen Hangjahr zur Gemeinwohlökonomie haben und eventuell kann Dillen das da erreichen, dass da eine Aufgeschlossenheit ist, sich diesbezüglich in Austausch und Kooperationsmöglichkeiten zu begeben, wäre ja auch ganz toll. Also das sind alles so Aktualisierungen, die sind nicht nichts und wenn ihr wollt, dass es schneller geht und immer mehr Neuigkeiten auch zu berichten sind, dann ist meine Einladung, kommt dazu. Also wenn ihr Texte mit ausarbeitet, jetzt Einladungstexte, wenn ihr den Verteiler erweitert oder selber anfangt auch die Dinge rumzuschicken, auch an solche größeren Multiplikatoren in der Welt, dann kämen wir da weiter. Wenn ihr in die Reservate gehen würdet oder würdet selber welche gründen, dann käme diese Entwicklung richtig in Schwung. Also das liegt an euch, wie weit wir da die vorwärtspreschenden Neuigkeiten immer auch hier in den Talks mit dabei haben oder eben ein bisschen auch auf einem Stand verharren oder da überlegen müssen, wie wir eben weiterkommen oder in bestmöglichen Schwung kommen. Ich werde heute dann jetzt in meinen weiteren Beiträgen noch ein bisschen dann den Akzent besprechen, wie können wir mit dem jetzigen Rechtsstaat umgehen. Ich habe es schon angedeutet, wir haben damit zu tun, dass ja gegen uns gearbeitet wird. Also das gilt auch insgesamt ja, wie alle wissen, für die Corona-Maßnahmenkritiker. Da ist auf jeden Fall nicht die demokratische offene Bühne für alle Standpunkte. Da wird mit Zensur, mit Mobbing, mit Behinderung von Demonstrationen, da wird mit persönlicher Schikane gegenüber auch Menschen, die sich vorwagen, fing schon damals an mit der Beate Bahner, der Rechter in Weimar, der Mitarbeiter des Innenministeriums, der die Krisenanalyse gemacht hat, die Nutzensschadensanalyse, Stefan Kohn hieß der, glaube ich, und so einige, also die richtig derbe, eher, ich sage mal, Strafmaßnahmen abbekommen haben, dafür, dass sie versucht haben, da eine Ausgewogenheit in die Informationslandschaft reinzubekommen. Also da muss man einfach feststellen, dass an vielen Stellen schon jetzt der sogenannte Rechtsstaat nicht mehr gleichmäßig jetzt auf die Freiheitsrechte und demokratischen Rechte alle achtet, nicht mehr so die Meinungsfreiheit und Ausgewogenheit der demokratischen Diskussion gewährleistet, sondern mit allerhand willkürlichen Schikane und Unterdrückungsmaßnahmen arbeitet. Ich hatte gesagt, dass bei uns in Projekten zum Teil Einflüsse sind, die ich ganz klar darauf zurückgehe, ja, das bieten wir. Also bei uns in Projekten sind zum Teil Einflüsse, die ich als staatlich inszenierte Störungsmaßnahmen sehe oder zum Teil sogar Zerstörungsmaßnahmen, die da ansetzen. Und ja, da haben wir unter uns, unter den Verbündeten eine spannende Diskussion, gibt es auch ein Thema zu im Forum, eine spannende Diskussion, wie sollen wir uns in solchen Situationen gegenüber dem in Anführungszeichen Rechtsstaat oder zumindest dem Anspruch, der in der Gesellschaft auch steckt, dass es da sowas geben soll wie Rechtsstaat, wie sollen wir uns dazu verhalten? Und da gehe ich dann ein bisschen genauer bei meinem nächsten Beitrag noch ein. Gebe jetzt an Dillen. Ja, ich habe jetzt, ja, jetzt müsste man mich gut hören. Ja, ich habe ja jetzt hier mal aufgeschlagen, also erstens, warum die Leute ja nicht hier sind, sondern nur darüber meckern, dass wir das Gleiche sagen würden, ist, dass sie uns ja nicht glauben. Sie halten ja die Dinge, die sie im Kapitalismus gelernt haben, so, die halten sie für wahrer. Das heißt, das ist der eigentliche Grund, denn ich würde mich ja nicht die ganze Woche sozusagen mit irgendwelchen Ideologien und sonstigen Sachen beschäftigen, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, diese Ideologien wären wahrer als das, was wir hier, sei es geisteswissenschaftlich, als auch naturwissenschaftlich sagen. Die Leute halten das einfach nicht für die Wahrheit und scheuen einfach die Diskussion, weil, ja, denn nur in der Diskussion könnte es ja sein, dass sie vielleicht den einen oder anderen Irrtum aufgeben, aber da sie ja überzeugt sind, sie hätten schon die Wahrheit und wir würden uns irren, ja, dann brauchen sie auch nicht zu uns zu kommen und mit uns zu reden. Und ich glaube, das ist einfach die Realität. Denn ich glaube, dass die Menschen so verseucht sind von kapitalistischen Ideologien, die, also, ja, es gibt lauter vermeintliche Glückswege. Ich denke nur an meinen eigenen Berufsstand, die ganzen Psychokonzepte, die also alles unrealistische Heilslehren sind, aber die Leute glauben die. Ja, und dort sind die Millionen Klicks, ne, da sind die Leute. Dort, wo die vorteilbringenden Irrtümer sind, die kapitalistischen vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten sind, da sind die vielen Leute. Ja, es ist eben offensichtlich schwer überhaupt, die Dinge zu verstehen, aber ich, das, das Einfachste zu verstehen sind so Dinge, die ja eben nicht zu viel verlangen, das versuche ich jetzt auch gerade mal wieder, dass ich noch mal deutlich mache, wie zum Beispiel unsere Klimalösung aussieht. Die setzt eben auch nicht daran an, dass Deutschland jetzt zum Beispiel sehr selbstlos handelt, während China vielleicht noch ihren, seinen CO2-Ausstoß drastisch erhöht und Indien auch noch erhöht, dass Deutschland erst mal sozusagen für die Vergangenheit vielleicht gesehen jetzt ganz drastisch auf CO2-Ausstoß verzichtet, auch wenn das noch so teuer ist sozusagen. Ja, aber das sind Dinge, die setzen alle ein hohes Maß an Selbstlosigkeit voraus. und das ist eben die Frage, ob das kommen wird oder ob das vielleicht sogar dazu führt, dass Deutschland dann verarmen könnte oder so. Ja, also ich gehe mal darauf ein. Hier habe ich mal aus diesem Artikel, wir hatten ja damals diesen Plan für den Klimaschutz angeboten. Jetzt gehe ich noch mal hier auf die entsprechende Seite. Nord, ja, da ist es ja, da kommt es. Und hier habe ich es auf der Seite, Partei des Gemeinwohls, PDG, habe ich es mal aufgeschlagen. Klima, die Next Scientists for Future vom Weltrat mit ihrer GWO, Gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, hatten ein Sonderangebot gemacht für den Fall, dass zum Beispiel ein Volksentscheid das Ergebnis erbringen würde, dass das Klimaproblem ein echtes Problem für Deutschland sei oder für den Fall, dass Fridays for Future und Next Scientists for Future oder Extinction Rebellion mit der Gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung der nextscientistsforfuture.de kooperieren würden. Und dann die GWO verwendet das erzeugbare Wirtschaftswunder, also 500 Milliarden Euro jährlich können wir ja erzeugen. Das könnte man umlegen auf die Menschen mit 600 Euro für jeden Nettosteuerfrei monatlich für jeden arbeitenden Menschen und 200 Euro Nettosteuerfrei für jeden Rentner. Oder wir könnten sagen, nein, 80 Prozent dieser Gelder verwenden wir erst einmal dafür, dass wir Deutschland klimaneutral machen. Also die GWO verwendet das erzeugbare Wirtschaftswunder für ein klimaneutrales Deutschland und verhilft den anderen Staaten. Jetzt kommt der entscheidende Vertrag einzig, dann ebenfalls zu dem gewünschten Wirtschaftswunder, wenn sie sich zur gleichen Klimaneutralitätsentwicklung verpflichten wie Deutschland. Wir packen also mit diesem Angebot die anderen Staaten auch bei ihrem Egoismus. Wir wollen das Wirtschaftswunder, wir wollen auch das Wirtschaftswunder. Auch China will das richtig große Wirtschaftswunder, das Deutschland jetzt vorgemacht hat, wovon nur deswegen nicht so viel zu sehen ist, jetzt erst mal, weil 80 Prozent der Gelder in die Klimaneutralität gegangen sind. Aber da kann sich jeder Wirtschaftswissenschaftler ausrechnen, wenn irgendwann die Kosten für das Klima weg sind, dann werden wir auch riesige, pro 80 Millionen Menschen werden wir immer 500 Milliarden Euro plus vielleicht auch bei uns dann haben. Und dieser Wunsch nach dem auch Wirtschaftswunder zu haben, würde dann die Leute dazu bringen, die Staaten dazu bringen, dass sie auch zu einem Parallel, also einem Vertrag kommen, wo sie sich wirklich verbindlich verpflichten, wirklich genau so intensiv die CO2-Reduktion voranzutreiben wie Deutschland. Also auch 80 Prozent für diese Ziele erst mal zu verwenden, bis dieses Problem gelöst wäre und dann könnten sie sich danach auch an dem Wirtschaftswunder erfreuen, wenn alle Klimakosten schon bezahlt sind. Denn dieses Wirtschaftswunder würde ja immer weiterlaufen. Ja, also innerhalb kürzester Zeit wären dann alle Staaten der Erde klimaneutral, da wir in einer Online-Konferenz viele Staaten in Englisch auf einmal beraten können und ansteuern können und quasi hilfsregieren können. Und ja, Artikel über dieses Sonderangebot der Next Scientist for Future und so weiter, ja. Die gab es ja zuhauf, aber leider haben ja alle abgesagt, ja. Fridays for Future hatte kein größeres Interesse an diesem super Sonderangebot und Extinction Rebellion reagierte sogar mit Aggressionen. Ja, ich gebe weiter an den Öffi. Wir hören dich. Ja, danke schön, Dylan. Danke schön für das, was du gesagt hast. Ich komme mal auf den Punkt, wie können wir am besten umgehen mit dem vorhandenen System, vor allem dem Aspekt oder der Seite des Systems, dass es behauptet, ein Rechtsstaat zu sein. Dahinter steht insgesamt ja viel an Überlegungen, auch aus der anarchistischen Bewegung, der Friedensbewegung. Wie kann man am besten jetzt mit dem heutigen Staatssystem, nennen wir es mal krass, dem kapitalistisch-imperialistischen System umgehen. Es gab ja da immer auch Ansätze, dass man dieses System mit Gewalt verändern oder sogar stürzen wollte. Die HHF und andere Bewegungen, Ansätze auch aus der 68er-Bewegung. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass nicht sogar das jetzige System selbst Ansatzpunkte der Rechtfertigung dafür hätte. Also allen ist bekannt, Artikel 20 Absatz 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese grundgesetzliche oder rechtsstaatliche Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Damit meinen die nicht nur pazifistische Formen, sondern meinen, dass es wirklich auch gerechtfertigt sein kann, damit gegen Gewalt, gegen die staatliche Gewalt, wenn die eben sozusagen pervertiert, auch gegen die Werte, auf die sie sich eigentlich selbst festgelegt hat, dass man das machen dürfte. Man kann aus meiner Sicht viel darüber diskutieren, wann und ob eine Situation gegeben ist, wo man sich mit Recht auf solche Stellen wie Artikel 20 Absatz 4 berufen kann. Aber in gewissem Maße macht es mir mein Hintergrund leichter, den ich da habe, nämlich, dass ich mich als Pazifisten verstehe im Sinne von Jesus oder Gandhi. Das heißt, ich würde immer, unabhängig auch von irgendwelchen Fragen, wie aussichtsreich könnte es denn im Moment sein, auch zur Gewalt zu greifen oder hat das vielleicht auch irgendwelche Rechtfertigungen, ich würde immer sagen, dass es aus ganz grundsätzlichen Überlegungen heraus unter Menschen so ist, dass wir erst einmal auf das freundliche Miteinander sprechen und argumentieren, also auf den friedlichen Weg bauen sollten, versuchen sollten, wie weit wir damit kommen. Und zumindest erst, wenn das ausgereizt ist, oder wir sehen, nee, das kann auf keinen Fall klappen, dass wir dann zu anderen Mitteln greifen würden. Also wenn überhaupt, also Pazifisten wie Jesus oder Gandhi oder auch ein anderes Vorbild, Peace Pilgrim, die würden auch sagen, diese Gewaltfreiheit, also dass wir unter Menschen so eine Kultur anstreben müssen, wo es nicht nach Fäusten geht, sondern nach Argumenten, die ist so viel wert, dass es auch das Opfer unseres Lebens rechtfertigt. Also dann verzichten wir auch in extremen Situationen auf Gewaltansendung, auf Gewaltausnahmen, bleiben der Gewaltfreiheit treu, um das stärkstmögliche Zeichen zu setzen, dass wir unbedingt diese andere Kultur brauchen, also Argumente statt Fäuste. Für jemanden wie mich gibt es dann nur die Frage, gibt es in extremen Situationen Ausnahmebegründungen, die sozusagen, wenn man die Argumentation an der Stelle auf die Spitze treibt, Ausnahmen, die den Anspruch, die Gewaltfreiheit zur Basiskultur der ganzen Menschheit zu machen, also auch die Konflikte, die heute da sind, damit zu übersteigen, nicht aushebeln. Also die Ausnahmen dürfen diesen großen Anspruch nicht zu sehr unglaubwürdig machen. Im Zweifelsfalle müsste man sonst wirklich der Gewaltfreiheit treu bleiben und auf die Ausnahmen verzichten. Okay, also das sind die ganz grundlegenden Überlegungen von jemandem wie mir. Wie müssten wir mit Menschen und auch mit dem Wandel, auch mit der Veränderung von nicht als gerecht empfundenen Gesellschaftsstrukturen umgehen? Insofern ist für mich die Vorstellung, eben jetzt zu den Waffen zu greifen, um den Staat, ja gelinde gesagt, wieder auf seine grundgesetzmäßige und rechtsstaatliche Ordnung zurückzubringen oder eben auch weitergehend irgendetwas am Sturz der Regierung oder des Systems zu bewerkstelligen, ist für mich also weit weg. Logisch, nach meiner Logik passender ist es auch die Gegner. Soll ich das bieten? Genau. Also für meine Logik ist es passender, auch die Gegner, auch die Vertreter des staatlichen Systems, auch die Vertreter eines Rechtsstaats, von dem ich sehe, dass er immer mehr für Korruption missbraucht wird. Und, also große Korruption, ich meine nicht jetzt nur, dass hier irgendwo ein paar Gelder gewaschen werden, sondern ich meine jetzt eben wirklich die Korruption, dass da die Freiheitsrechte in einer digitalen Diktatur ja sehr stark beschränkt oder aufgelöst werden. Also ein Recht, in Anführungszeichen ein sogenannter Rechtsstaat, wo diese Gefahr besteht, da müsste man trotzdem eben versuchen, hinzugehen und mit den Vertretern dieses Systems friedlich darüber zu reden, Argumente in Kraft zu bringen und zu suchen, wie man da einen Weg dann hin kann. Genaueres darüber sage ich in meinem nächsten Beitrag und gebe an den Denkern. Ja, da bin ich wieder. Ja, also ich bin ja sozusagen als naturwissenschaftlicher Denker bin ich ja eher so sage, dass ich sage, Wir leben in einer Diktatur der Sparten. Kapitalismus und Marktwirtschaft sind automatisch eine Diktatur der Sparten. Und aus meiner Sicht gibt es im Kapitalismus weder Demokratie noch Rechtsstaat noch ein Gesundheitswesen, sondern es gibt nur ein Krankheitsförderungswesen und, und, und. Ja, das heißt, weil einfach, wenn sich einer irrt und etwas macht, was im Kapitalismus die anderen Menschen schädigt, dann hat er riesige Gewinnmöglichkeiten. Und diese riesigen Gewinnmöglichkeiten, die stehen eben daraus, ja, dass eben der Rechtsstaat, der Scheinrechtsstaat, ich nenne es mal die Sparten der inneren Sicherheit, also Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte, Polizisten und, 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 ja, die haben riesige Gewinnmöglichkeiten durch scheiterndes Leben. Also je mehr Kriminelle es gibt und je mehr Straftäter sind und je mehr Unrecht gesprochen wird vor Gericht, desto mehr Karrieremöglichkeiten eröffnen sich für alle Beteiligten. Wenn Richter zum Beispiel Täterschutz vor Opferschutz praktizieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann wegen viel Arbeitsanfall eine hübsche Assistentin bewilligt kriegen, weil die Fälle immer mehr werden. Naja, dann, dann sozusagen fühlen sich ja letztendlich die Richter belohnt dadurch, wenn sie eigentlich recht so sprechen, dass es immer mehr Täter gibt. Und genauso ist es, die Sozialsparten, die Arbeitsamtmitarbeiter, die können nur dann eine richtig satte Karriere machen, wenn die Zahl der Arbeitslosen eher steigt, als dass sie schwumpft. Und leider ist das, sagen wir ja als Naturwissenschaftler, dass die menschliche Psyche leider zu den vorteilbringenden Irrtümern fähig ist, also sich zu irren. Und wenn man da mit Riesenkarriere macht mit einem Irrtum, dass man den nur schwer sich wieder, ja, sich davon wieder abbringen lässt. Denn es bringt ja so viel Karrieregewinne und so weiter. Und so haben wir eigentlich die Sozialsparten. Ich habe hier das Bild aufgeschlagen. Sozialsparten, Weltsozialsparten, die Nahrungsparten, die Gesundheitssparten, die Waffensparten, die Alkoholsparten, die Sparten innere Sicherheit, Rechtsanwälte, Polizei und so weiter. Alle verdienen sie eigentlich oder haben sie die größten Karrieremöglichkeiten, wenn sie scheiterndes Leben fördern, wenn sie dafür sorgen, dass immer mehr Arbeitslose, Obdachlose, arbeitsunfähige Menschen, kränkliche Menschen, chronisch Kranke, von Geburt an kranke Menschen leben. Und jetzt fragt man sich dann, biologisch fragt man sich ja, aber was ist denn dann? Dann wird ja das Land immer ärmer. Und irgendwann können ja die Länder das Geld für die Richter, die Anwälte, die Staatsanwälte, die Sozialspartler, die Arbeitsamtmitarbeiter nicht mehr bezahlen, weil das Land dann pleite ist, weil kaum noch jemand arbeitsfähig ist durch diese Tendenzen. Und dann sage ich, ja, genau das läuft so. Wenn Deutschland durch diese Wege jetzt ruiniert wäre, dann läuft das wie in den Spielfilmen mit den Aliens, in den Science-Fiction-Filmen. Nur dass hier dann eben das eine Land ist geplündert, Deutschland ist geplündert. Aber all diese Leute sind ja alles hochqualifizierte Leute. Die haben ja alle eine Berufsausbildung. Und die werden von anderen Ländern mit Kusshand genommen, weil die ja gar nicht durchschauen, dass Deutschland ruiniert wurde durch die Sozialspartler, die Gesundheitsspartler, die inneren Sicherheitsspartler. Sondern die nehmen die gerne auf. Und dort arbeiten die dann weiter und machen wieder große Karriere, dadurch, dass sie das nächste Land zum Ruin hinbringen. Und warum ist Deutschland bis jetzt noch nicht pleite gegangen, obwohl es den größten Sozialstaat der Erde hat und damit die mächtigsten und einflussreichsten Sozialsparten zum Beispiel? Ja, weil solange die anderen Staaten sich auch in einem ähnlichen Tempo selber ruinieren, fällt das ja nicht auf im Wettbewerb. Ja, also dann bleibt ja, aber es gibt ganz viele Hinweise dafür, dass Deutschland in der Fähigkeit, sich selbst zu zerstören, durch die verschiedenen Sparten der Gesellschaft, einer Selbstzerstörung zu laufen, dass da Deutschland jetzt dabei ist, viele andere Länder zu überholen und dass Deutschland viel schneller bergab gehen wird als andere Länder. und deswegen sage ich voraus, das nächste römische Reich, das kaputt geht, wird Deutschland sein, eben weil die anderen nicht so extreme, extrem große, gefährliche Sparten haben. Ich gebe weiter. Wir hören. Ja, danke dir, danke. Ja, ich hatte auch zu der Frage eben, wie können wir jetzt mit dem System zurechtkommen, wie können wir Kraft finden, dass da positive Veränderung möglich wird. Ich hatte schon gesagt, aus grundlegend pazifistischen Überlegungen, die sehr vernünftig sind, weil bedenkende und sprechende Tiere erst mal mit Denken und Sprechen Probleme lösen sollten, bietet sich an, dass wir auch gegenüber den Staatsvertretern, auch wenn wir denken, der Staat entwickelt sich in missbräuchlicher Weise, versuchen sollten, friedlich vorzugehen. mit Argumenten. Ich füge hinzu, dass ich glaube, dass eine andere Variante auch immer unrealistischer wird. Also ich glaube, dass die Machtmittel in den Händen der Obrigkeit eine Wirkkraft bekommen haben, dass ein gewaltsamer Widerstand auch ziemlich aussichtslos sein wird. Und ich glaube, dass wir dementsprechend auch aus pragmatischen Gründen sehen müssen, gewaltsamer Widerstand wird es nicht brechen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass die andressierte Lähmung und Gleichschaltung der Bevölkerung, die Konsumsucht auch, wodurch die Menschen zu Spielwellen der Einflussnahmen geworden sind, aus der Wirtschaft und aus der Politik. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die man auch realistisch und pragmatisch hat, ist die, dass man die andere Seite überzeugt. Das heißt, dass sie aus eigener Einsicht und Freiwilligkeit bestimmte Dinge bereit ist zu tolerieren, zuzulassen oder wenn es zu hoch kommt, auch zu fördern. Ich glaube, dass das nicht völlig aussichtslos ist, weil also die Probleme der Welt und dass, wenn jetzt da so eine Steuerungsmacht entsteht, wie wir sie in erschreckender Weise in China sehen und wie sie sich anbahnt, auch in der westlichen Welt, die NSA-Skandal und ja, siehe jetzt, also für jemanden, der da kritisch drauf schaut, auch die Corona-Entwicklung. Das ist etwas, wo jeder, auch jeder, der da auf den höheren Ebenen von Wirtschaft und Politik sitzt, bestimmt nicht völlig an der Tatsache vorbeischauen kann, dass wenn hier jetzt die Durchsetzung von sehr unmittelbaren Machtinteressen, wenn diese unmittelbare Interessensdurchsetzung zu sehr auf Kriegsfuß stünde mit dem langfristigen vernünftigen, sinnvollen, Verantwortlichen, dass das ein Katastrophenweg ist und dass, wenn da Menschen sind, die auch die demokratische Reife haben, also die Persönlichkeiten, Verantwortungsreife, eben siehe Postconventional Level und solche Dinge und mit denen man vernünftig überlegen und reden und planen und auch was machen könnte für die Vereinbarkeit von unmittelbaren Durchsetzungsmechanismen und langfristiger Verantwortlichkeit, dass das nicht nichts ist, dass das nicht wertlos ist, sondern dass man das mindestens irgendwie ein Stück weit am Leben lassen sollte, also vielleicht dann eben, indem man solche Reservate dafür toleriert und eine gewisse Kommunikation vielleicht weiter laufen lässt mit solchen Menschen, vielleicht sogar wenn es hochkommt, mit denen bereit ist, weiter auch Ansätze von Demokratie für die Steuerung des gesamten Geschehens so aufrechtzuerhalten oder wieder einzuführen. Also ich glaube, dass das auch von den Leuten da in Politik und Wirtschaft gesehen werden kann. Da gibt es bestimmt welche auch, die das direkt so sehen. und da sehe ich den Hebel oder den Ansatzpunkt, mit dem man am ehesten jetzt noch was erreichen kann oder am meisten auch erreichen kann, indem man sagt, Leute, hier mögt vielleicht über die übrige Bevölkerung denken, dass die auch gar nicht in der Lage sind, vernünftig mit die Gesellschaft zu steuern. Ja, ich höre das bieten, Dankeschön. Ihr mögt vielleicht denken, dass die meisten Menschen in der Bevölkerung in der breiten Masse auch gar nicht bereit sind und fähig sind, längerfristige Verantwortungsentscheidungen zu treffen und dass ihr deshalb eure Hebel an denen vorbei praktizieren müsst. Mag sein, aber die Möglichkeit mit Menschen, die nicht so kurzfristig gebunden sind, so kurzfristig keitssüchtig sind, mit solchen Menschen über Verantwortungszusammenhänge nachzudenken und da die bestmöglichen Lösungskonzepte zu entwickeln, das ist nicht nicht. Also kann ich eben nur die Hoffnung haben, dass das möglich ist und ja, also einen nächsten Beitrag habe ich dann noch und da kann ich ein bisschen konkret auch sagen, was ich da meinen Verbündeten empfehle, jetzt wenn wir feststellen, wir werden nicht nur allgemein die Maßnahmenkritiker auch mit staatlichen Manipulations- und Unterdrückungseinflüssen erreicht, sondern wir kriegen auch noch härtere Störungsmaßnahmen oder Zerstörungsversuche ab. Wie sollten wir damit umgehen? Da erkläre ich ein bisschen was ganz Konkretes dann in meinem nächsten Beitrag. Ich gebe erst mal wieder an den. Ja, da bin ich wieder. Ja, also ich sozusagen sage ja, all diese Sparten, auch der Rechtsstaat und so weiter produziert scheiterndes Leben, scheitert produziert Kriminelle, produziert, ja, es ist letztendlich, hat eigentlich mit einem Rechtsstaat gar nichts mehr zu tun im Kapitalismus, denn es geht darum, die Karrieremöglichkeiten von Richtern und Staatsanwälten zu vergrößern und das geht halt einfach immer nur, indem sich immer noch mehr die Kriminalität ausbreitet und das Kriminelle sich lohnt und Kriminalität sich lohnt und rechnet und deswegen erwarte ich von Gerichten genauso wie ich vom Arzt eigentlich keinerlei Gesundheitsförderung erwarte, erwarte ich von einem Richter keinerlei Gerechtigkeit. Das ist im Kapitalismus aus meiner Sicht nicht möglich und deswegen die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, die belohnt den Richter danach, dass die Wohlfühlen, wie war das? Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner sich verbessert und beim Richter sind natürlich einfach die Bewohner des Bezirkes, für den er zuständig gemacht wurde, dass die sich besser entwickeln und dass die können sich nur dann besser entwickeln, wenn sie seltener zum Beispiel Opfer von Straftaten werden, denn jedes Opfer von einer Straftat werden, führt garantiert dann zu einer Verschlechterungsmeldung bezüglich der Wohlfühlstimme an den Bundeswahlleiter und das wird ja dann und so wird dann sichtbar, wenn Menschen Opfer von Straftaten werden, führt das immer zu reduzierten Wohlfühlens Zuständen für kurze Zeit oder für lange Zeit auch und ist ja auch dann eine Reduktion des Wohlstandes und 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 so machen wir also in der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung da wird der Arbeitsamt Mitarbeiter belohnt nur noch je gesünder also je höher der Prozentsatz der arbeitenden Menschen ist und gleichzeitig je höher auch die 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 Löhne und Gehälter sind, die diese Menschen beziehen sodass der Arbeitsamt Mitarbeiter nur ein Ziel hat wie kann ich dafür sorgen, dass es eigentlich in meinem Bezirk gar keine Arbeitslosen mehr gibt sondern alle und die Jobs die da sind auch möglichst gut bezahlt sind wie kann ich das erzeugen und ja das sind alles die richtigen Anreize und der Arzt jetzt komme ich noch mal zu meiner geliebten Hausarzt Gesundheitskommune zurück ja der holt die die Menschen raus aus der Einsamkeit weil er wenn die Leute seltener krank werden als bei ihrer Gesundheitsaufwand Erwartungskurve zu erwarten gewesen wäre wenn der tatsächliche Gesundheitsaufwand oder eventuelle Krankenhaus Aufenthalts Aufwand geringer ist als zu erwarten gewesen wäre dann kriegt er gutes Geld und wird belohnt dafür dass er eben ja Gesundheit fördert und die Menschen die die gesund also die gesund 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 Gesundheitsgemeinschaften die ja auch von Nicht-Hausärzten Nicht-Ärzten auch von Heilpraktikern und anderen Gruppen gegründet werden können diese Teams die sind die neues der neue soziale Punkt dass die sind schon so etwas wie Gemeinschaften wo Menschen miteinander sich ineinander verlieben wo sie einfach Lebensfreude und Lebenslust miteinander haben und das Leben genießen und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt den Schritt weiter zu gehen dass der Hausarzt fragt ja wer hätte denn mal Lust wirklich in einer Gemeinschaft miteinander zu wohnen zu leben und so weiter ja und und wird dann Supervision anbieten und ja ich helfe euch dass ihr das lernt denn wir müssen uns ja klar sein ihr seid alle durch den Kapitalismus ja alle natürlich eher zur Gemeinschaftsunfähigkeit erzogen worden und das müssen wir alles korrigieren ja und dann sind wir vielleicht sogar ein Teil der Leute ist irgendwann vielleicht sogar in monokommunistischen Gruppen unterwegs ja und das ist für mich das sind Vorstellungen die sind für mich schon Paradies auf Erden verglichen mit dem dass Kapitalismus jetzt gerade mal wieder mit dem Krieg spielt und so weiter weil die Waffenhändler auch mal wieder ein bisschen Umsatz brauchen ja also ich fasse zusammen gemein wohlorientierte Wirtschaftsordnung belohnt gutes tun und belohnt nicht mehr wie der Kapitalismus das Produzieren von scheiterndem Leben ich gebe weiter aber wir müssen auch langsam das Ende suchen wir hören ja danke Dillen und für mich ist das eben dann auch der letzte inhaltliche Beitrag heute Abend gibt mir auch die Möglichkeit das was ich vorher gesagt habe ein bisschen abzurunden jetzt noch ganz konkret also wir haben ein Projekt wo jemand sich da eingenistet hat quasi kam erst ist auch aufgetreten wie ein kompetenter Sozialarbeiter und dass er das Projekt unterstützen will hat auch beachtliche Kompetenzen und Hintergründe die Hintergründe bekamen wir noch auf ganz andere Art zu spüren als wir erst dachten okay aber kam und wollte da bei uns gleich mitmachen in unserem größten und ältesten Projekt und ja hatte von Anfang an aber auch schon gedrängelt dass es gut wäre wenn er da gleich einen Mietvertrag bekäme und so das machen wir normalerweise nicht so sondern also in einem Teil des Projektes können Menschen wie Brüder und Schwestern erstmal geschenkt alle mitnehmen bekommen da wenn es nötig ist damit sie eben auch keine zu großen Konflikte mit dem Amt bekommen Meldebescheinigung und ja ansonsten leben sie da zum Teil konnten sie geschenkt da mitnehmen oder auf einem Gelände des gemeinnützigen Vereins konnten sie Mietverträge bekommen wenn sie in den Verein auch eingetreten sind auch die damit verbundenen idealistischen Gewissenserklärungen unterschrieben haben und so weiter wir haben uns obwohl wir also einige von uns weil er so überzeugend am Anfang auftrat bisschen geschwankt haben entschieden auch bei diesen Störagenten wie ich ihn heute jetzt nenne keine Ausnahme zu machen sodass er höchstens eine Meldebescheinigung hätte und im Laufe der Zeit wurde dann sichtbar dass er versuchte unsere Leute gegeneinander auszuspielen und dann eben auch ganz ausdrücklich auch wie er das sagt in eine Gegenstrategie überzugehen nach dem Motto er schaut dass er das Projekt zerstören kann und das hat Formen angenommen die sind eigentlich so dass man längst unter normalen Umständen denken würde ja wir haben doch einen Rechtsstaat da ruft man die Polizei dann wird das geklärt also das Haus oder der Teil des Projekts wo er so eine Meldebescheinigung hat da ist er hingegangen hat das ganze Wohnhaus dort besetzt die Tür abgeschlossen auch für uns oder für andere Leute die noch Sachen im Haus haben und ähnliches was natürlich niemandem recht hat sogar wenn er einen Mietvertrag hat für ein Zimmer oder ein paar in einem Haus kann ich das Haus dann für den Hausbesitzer verschließen und solche Sachen also völlig klare Dinge dazu Übergriffigkeiten auf das Nachbargelände des gemeinnützigen Vereins mit mehrfachen offensichtlichen unter Zeugen stattgefundenen Tätlichkeiten also dass er auf Leute losgegangen ist ihnen das Handy aus der Hand gerissen hat sie geschlagen hat und so weiter und so fort aber obwohl wir da Polizei gerufen haben obwohl wir ein Verfahren da bei einem Gericht beantragt haben und so weiter also wenn ich sage wir meine ich damit die Verbündeten weil ich persönlich eben direkt keine Anzeigen oder irgendwas mache gehört zu meinem Pazifismus aber ich kann sehr wohl auch den Staat darauf ansprechen ob er da seinen Ansprüchen die in eine gute Richtung ja aus meiner Sicht gehen also nämlich was der Grundgedanke des Rechtsstaats ist den Leuten die Gewalt aus der Hand zu nehmen damit sie per Gewaltmonopol an eine zentrale Sicherungsstelle des Staates oder der Gesellschaft kommt die eben schaut dass dann im alltäglichen Miteinander Argumente statt Gewalt wählen würden das ist eigentlich der hohe und auch sehr sinnvolle Gedanke des Rechtsstaats und da kann ich sehr wohl den Staat auch als patriotistischer Aussteiger darauf ansprechen hey Leute wie ist das denn mit der Einhaltung eurer eigenen Maßstäbe oder Hinweis auf Widersprüchlichkeiten nach euren Erwartungen die ihr selbst auch an euch habt oder von denen ihr wollt dass man sie an euch hat oder Verbündete sind ja auch noch Bürger des Staates also die können auf jeden Fall solche Ansprüche stellen kurz und gut gegen diesen Störagenten geschah nichts effektives aber andererseits steht man staunend davor wenn der erzählt wie er so irgendwelche Ämterstellen so in Anspruch nimmt und in Bewegung bringen kann führte dazu dass die Polizei mal die ganzen Vereinsunterlagen da beschlagen hat oder sowas also jedenfalls erstmal eingezogen hat und durch gesichtet hat bis wir die irgendwann wiederbekommen haben also unmögliche Dinge also statt dass die Polizei kommt und sagt hier hören Sie mal packen Sie Ihre Sachen und gehen Sie jetzt das ist jetzt Dicke überreizt also eher dass der Staat als Mithandlanger da ist der hat auch Brand angedroht was übrigens in einem anderen Projekt von uns 40 Kilometer entfernt passiert ist also vielleicht ja auch zufällig vielleicht ja auch Kabelbrand aber ich weiß dass Leute auch irgendwo in ein Haus so reingehen können dass man hinterher nicht so sieht das war jetzt der Einbrecher der da was kaputt gemacht hat kurz und gut bis dahin übrigens auch dass er Einblick hat offensichtlich entnehme ich aus frechen Äußerungen die er über mich gemacht hat in irgendwelche Ämter gegen mich und so weiter also da ist dieser Mensch der sitzt da und es gibt Verbündete von mir die sagen ey das passt jetzt auf keine Hutschner mehr ich hab das Piepen gehört also ich sag deshalb den Satz nochmal es gibt Verbündete auch die sich um das Projekt teilweise da kümmern die sagen ey wir müssen aber gucken was würde denn die Polizei von uns auch erwarten dass wir das tun also jetzt da die verschlossene Tür dann selbst unsererseits was weiß ich aufbrechen oder die Sachen von dem raustragen und was weiß ich jetzt also das Räumen also ich persönlich warne dann und sage ich glaube dass das für uns sehr gefährlich ist weil wir sagen ja wir wollen nicht nur pazifistisch sein möglichst sondern wir wollen diese Rechtsstaatsstruktur des Staates eher auch herausfordern und sagen Leute da wenden wir uns an euch dass ihr die guten Ansprüche von euch auch ernst nehmt und ehrlich ansendet und dementsprechend habe ich gesagt also wir müssten mindestens immer jetzt dem Staat sagen hör mal Staat aus unserer Sicht doch ein völlig klarer Fall hier und wenn ihr meint wir müssten aber jetzt noch was tun bevor ihr also die Polizei und die Gerichte was tun können sagt uns das bitte was euch aus eurer Sicht fehlt was wir an Beitrag dann noch leisten müssten und wenn das jetzt so sein sollte dass wir da hingehen und die Tür jetzt aufbrechen die er zugemacht hat oder seine Sachen ausräumen würden dann möchten wir aber auch dass zumal eine Gewalttätigkeit oder Möglichkeit das zur Gewaltanwendung kommt dann offensichtlich ist möchten wir dass ihr dann da präsent seid und dass ihr guckt also was sollen wir jetzt machen als Teil und wo ist dann eure Rolle wo ihr eingreift und wenn das nicht funktioniert dann habe ich meinen Verbündeten gesagt ist es besser wir setzen uns vor die Tür der entsprechenden Rechtsstaatsstellen und weisen sie mit gewaltfreien Aktionen Fastenaktionen und so weiter darauf hin wie skandalös sie ihre Regie da missbrauchen und nicht mehr ernsthaft wahrnehmen und das können wir gleich verbinden damit dass es dann nicht nur darum geht wie da diese Rechtsstaatspflicht gegenüber einem solchen Projekt vernachlässigt wird sondern wie das gesamtgesellschaftlich auch ein Skandal ist das wäre für uns erheblich besser als wenn wir irgendwelche eigenen übergriffigen aus Sicht des Staates dann vielleicht übergriffigen Aktionen machen würden wo sich der Rechtsstaat der vermeintliche Scheinrechtsstaat dann gegen uns mitwenden könnte ja also das als letzter inhaltlicher Wahltrag von mir ich gebe an den Dillen und beim nächsten Mal nachdem was der gesagt hat sei noch eine Verabschiedung dann vielleicht ausgesprochen ja 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 ich melde mich nochmal kurz zu Wort aber wir suchen ja jetzt das Ende also ja ich wie gesagt ich sehe halt in diesem Gesellschaftssystem gar keine Chance irgendetwas zu machen sondern ich sehe wirklich nur diese zwei Pfeiler hier zum Beispiel Gemeinschaft Köln-Süd dass da sich vielleicht irgendwann was tut und das jetzt vielleicht mit der Bundesregierung oder Teilen der Bundesregierung tatsächlich die Wende hin zu den Gemeinden zur Diskussion der Gemeinwohl ökonomischen Wirtschaftsvarianten stattfindet oder irgendwie noch ein Wunder geschieht und sich Leute jetzt ganz stark engagieren für die Partei des Gemeinwohls und ja und darin sehe ich die Chance denn das Ganze ist so kaputt und marode dieser Staat dass ich also weder mir von einem Richter was erwarten würde noch von einem Medizin Professor noch von einem ja eigentlich kann ich von allem leider im Kapitalismus immer nur das schlechteste erwarten und deswegen brauchen wir entweder die neue Lebensform in der Gemeinschaft oder die neue Lebensform zum Beispiel in der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung mit ihren Hausarzt Gesundheitsgemeinschaften wo dann wirklich alles vernünftig und gesund wird und alles nochmal wir nochmal die Erde retten können und alles das und das wie gesagt auch ohne dass ich die Menschen unbedingt jetzt schaffen muss gleich sehr zu einem sehr hohen Maß an Selbstlosigkeit zu bringen die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung packt die Menschen an an dem jetzigen Egoismus egal ob man den ganz abschaffen kann später oder nicht aber an dem jetzigen Egoismus packt es sie und gibt ihnen einfach nur noch die Chance erfolgreich zu sein nur noch wenn sie mir Gutes tun und allen anderen Menschen auch Gutes tun und dabei auch die Umwelt reparieren sodass ich auch weniger durch Umweltgifte geschädigt werde ja gut wir suchen das Ende jetzt versuche ich mal den Öff Öff ich drehe mal so dass wir so eine mittelposition kriegen jetzt Öff Öff wir hören dich und du hörst mich dann sage ich tschüss also denkt mit liebe Leute schaut mit ins forum freie-argumente-kultur.de und bis zum nächsten Mal seid alle umarmt durchs Internet oder Telefon ja tschüssi bis bald